ein neuer tag und neue pflanze nicht aber die weitere entwicklung der pflanzen heute hier ein paar kleinere in der anzucht es geht um litchi es geht um kakao es geht um chili es geht um die peperomia raindrop es geht um die glücksfeder und ein paar andere sachen und was soll ich sagen wir fangen sofort an denn es sehr interessant mitzunehmen was wir heute hier erfahren werden aus dem was wir vor kurzem einfach mal gemacht haben fangen wir mit kakao und litchi an kakao steht jetzt hier bei 1600 mikrosiemens in der versuchsphase seit wann haben wir das gemacht seit dem 19.07 und hier sind tatsächlich schon also ein blatt ist schon herausgewachsen hier kommt jetzt das zweite blatt hinterher es ist kein schaden zu erkennen in dem sinne von daher scheint es so schon mal ganz gut zu sein ich gucke mal ob man die wurzeln auch sehen kann in dem moment noch nicht wie gesagt der ist durch ein steckling vermehrt worden dann haben wir hier die litchi die steht bei 1000 mikrosiemens seit juni sogar schon also auch das funktioniert tatsächlich genial hier kann man jetzt ein kleines würzelchen sehen also nicht so viel aber immerhin ist aber auch nur so umso mehr nährstoffe eine pflanze bekommt bei dem was sie verträgt wenn das maximum irgendwann erreicht ist dann bilden sie sehr wenig wurzeln aus weil sie es einfach nicht nötig haben die denken sich so nö warum soll ich hier wurzeln machen ich kriege doch genug futter so ich brauche meine arme gar nicht ausstrecken und irgendwas einfangen von daher machen sie recht wenig wurzeln wir testen hier aus was hier an maximum möglich ist wie gesagt wir sind beim kakao jetzt hier bei 1600 und interessanterweise selbst der steckling der bewurzelte entwickelt sich richtig gut so ok das kurz zu der litchi und da machen wir jetzt als allererstes als nächstes dann dementsprechend mal mit den chilis weiter dem bonsai chili bonsai chiliwald so das sind die kandidaten die jetzt ein jahr hier schon drin sind in der kleinen schale nach wie vor wenn in der regel bei 4 bis 500 mikrosiemens gedüngt ab und zu mal bei 1000 mikrosiemens aber wirklich nur ab und zu aber die pflanzen sind halt im prinzip fertig ausgereift diesen dunkel kräftig grün hier und da erscheint eine neue blüte jetzt kommt auch ein bisschen mehr wachstum langsam in gange aber sehr viel wird hier voraussichtlich nicht mehr kommen aber nun ja was man nicht mal gucken was er noch davon mitnehmen so diese sind vom mai ende mai haben wir sie zur aussage gebracht und anfang juni ne gar nicht mal anfang juli haben wir sie hinein pikiert das ist etwas über einen monat her und sie entwickeln sich richtig rasant nach wie vor die blüten wenn die hier erscheinen werden wir dann mit der hand einfach bestäuben das ist so einfach mit dem finger ein bisschen rumwurschteln an der narbe und mit dem pollen dann dementsprechend das ganze übertragen haben sich sehr schön entwickelt das zeige aber gleich auch etwas näher aber sie entwickeln vor viele früchte interessanterweise und das sind also die nachkommen von diesen hier gut sie sind etwas größer gewachsen kräftiger weil sie haben einen richtigen topf in dem sinne und die werden tatsächlich bei 1000 mikrosiemens kontinuierlich gegossen und gedüngt in einem zuge im anstau die verbrauchen mittlerweile auch sehr viel wasser also ich muss ja alle zwei tage tatsächlich wasser nachfüllen heute ist soweit ich habe vorgestern habe ich gegossen und jetzt ist ja im prinzip feuchtigkeit noch gegeben im untersetzer aber mehr auch nicht seit ich werde auf jeden fall heute wieder das ganze bei 1000 mikrosiemens dementsprechend gießen und düngen aber immer wieder mal kontrollieren nicht vergessen ich putze den mal ein bisschen aus hier damit ich ihn euch gleich mal zeigen kann wie schön sich das ganze hier entwickelt das ist so richtig herrlich anzusehen und hier auch sie ist aber hat sich auch eine neue frucht ach komm her gucken wir uns ein bisschen näher an das ist auch viel interessanter als aus der ferne das ganze zu betrachten ich zoome erst einfach mal ein bisschen näher dran so ja ich glaube das kriegen wir so hin die eine frucht jetzt rot ist die können wir abnehmen und zur weiteren vermehrung heranziehen diese hier wunderschöne kräftige farbe so hier ist die nächste frucht die ausreifend hier ist eine klitzekleine die jetzt nachgekommen ist was ich vor kurzem geblüht hatte kriegen wir das hier drauf hier hatte sie geblüht da fällt bald die blüte ab also die blütenblätter der fruchtkörper bleibt dann dran hängen und hier bei dieser pflanze das sind ja mehrere entwickelt sich tatsächlich wieder etwas hier das kann man glaube ich so schon sehen da kommt ein kleiner neuaustrieb direkt mit ganz vielen neuen blütenknosten ohne dass starkes wachstum gegeben ist also das ist sehr interessant bei dieser pflanze so zu beobachten dass sie also wirklich kompakt von ganz alleine wächst gut ein bisschen zwingen sie dazu durch den kleinen topf aber wir wissen auch schon dass bäume in kleinen töpfen tatsächlich groß wachsen können und da ist das eine richtig geniale sache hier mit den chilis also das ist so genial ja ich werde im winter wieder neu auch saaten machen jetzt im moment nicht weil jetzt haben wir erstmal hier mehr als genug andere sachen und dann schauen wir uns jetzt dann mal im gegenzuge ja die wie soll man sagen töchter oder söhne an wie sagt man jetzt chili ist das jetzt eine tochter oder das ist ein sohn was bescheiden manchmal ist das so okay einmal kurz gesamtbild und dann hole ich es aber jetzt noch ein bisschen näher dran dass wir mal sehen können wie wunderschön ach guck mal die blüht jetzt auch schon sehr gerade siehst du wohl manchmal ist auch ganz schön man das mal von der anderen seite betrachten kann dann meist gucke ich ja nur von oben und ja das versteckt sich alles so ein bisschen guck hier kann man schon erkennen wie früchte sich hier entwickeln ein bisschen ausputzen hier alten blüten blätter abziehen ist schon genial auch hier drin auch guck mal von der anderen seite auch hier das hier so ein knubbel an blüten und dementsprechend an früchten sich entwickelt das ist schon genial so ich ziehe noch ein bisschen näher ran hier an diesen weißen punkten hier kann man sehr schön erkennen dass sie also tatsächlich mehr als gut versorgt ist zum teil ist es aber auch blütenstaub oder auch ganz normaler staub der sich entwickelt das sind also keine schädlinge was man vielleicht denken könnte ich habe es also lange zeit beobachtet so wuschel ich hier noch mal ein bisschen drin rum das ist schon genial dass sie also so auf dem haufen so viele früchte entwickeln das ist echt der bürger alter schwede auch da hinten hinter das ist echt heftig richtig schön so dann diese fängt jetzt erst an das sind ja wie gesagt mehrere pflanzen hier drin die fängt jetzt erst an zu blühen hier ist die andere die hat schon geblüht auch hier sind ganz viele ganz viele 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 das ist so heavy vor allem also aus jeder blüte entwickelt sich tatsächlich hier dieses mal eine frucht voraussichtlich auch dadurch weil sie ausreichend nährstoffe bekommen das heißt also wenn sie sich jetzt eine hungerphase befinden würde dann würde sie voraussichtlich einfach die früchte abschmeißen nachdem sie sich anfangen zu entwickeln das habe ich nämlich auch schon erlebt müssen hier aber trotz alledem aufpassen das ist ganz wichtig denn nicht dass wir es übertreiben von daher werde ich tatsächlich wenn ich durch diese jetzt mit 1000 mikro siemens ich diese direkt über substrat nachmessen was unten drin ist dann nicht dass die werte zu sehr ansteigen aber andersrum a sehen wir am grün das gut versorgt ist und b sehen wir an den ausstülpungen das heißt also wenn sich hier irgendwann kristalle drauf bilden sollten nachdem das ganze dunkelgrün geworden ist dann ist natürlich ganz klarer fall das ganze zu viel da muss man kann man ja augenscheinlich dann schon so sehen aber ich sag mal so als gärtner ist es immer besser wenn du nachmessen kannst damit auf der sicheren seite bist ne insbesondere auch lauter weiße punkte da kann man das jetzt so sehen das ist alles blütenstaub hier das ist hier also von oben von der krone runtergefallen hier unten drauf aber das ist jetzt nicht so weit so schlimm in dem sinne so schütteln gut ist so hier sehen wir dann den neu austrieb von der mutter pflanze also das ist auch interessant vor allem dass das so kompakt wächst meine wo ich mein finger jener hat das ist ja nur vielleicht ein zentimeter wenn überhaupt rausgewachsen und fängt tatsächlich sofort an zu blühen wie gesagt hier sind auch unterschiedliche pflanzen drin hier hatten einiges mit experimentiert mit der pflanze und von daher ist das eine oder andere hier nicht so mit dem blatt spitzen hier und da aber ist soweit ganz okay ich meine dafür dass wir hier experimentell das ganze gemacht haben und daraus gelernt haben und jetzt hier tatsächlich das ganze wesentlich einfacher handhaben können ist doch schön wenn mal etwas wirklich richtig funktioniert ne so ich habe jetzt angesetzt hier 950 mikrosiemens mit reinem wasser also osmose wasser bei uns mit dem kompo komplett aufgedüngt ja ich weiß ich muss es trotzdem mal wieder erwähnen was bescheid ne so das gießen wir jetzt hier durch lass das mal rein laufen den untersitzenden das mache ich hier jetzt auch und dann müsste ich gleich auch mal nach was hier tatsächlich gegeben ist um auf der sicheren seite mal zu sein ab und zu sollte man da tatsächlich machen das ist ja nur auch so wenn du jetzt eine gärtnerei hast oder so da läuft das alles automatisch da gibt es wird also wirklich die düngermenge dosiert automatisch da brauchst du gar nichts bei machen das wird einfach alles nur gemacht automatisch und brauchst dich gar nicht drum kümmern also sicher sollte man da auch kontrollieren ganz klarer fall wir haben 980 mikrosiemens drin was bescheid läuft so was haben wir hier jetzt drin als sollte man holt ausmachen wäre vielleicht sinnvoll ne so schätzelein was haben wir jetzt hier drin ja lass dich schlapp 1780 1780 da ist natürlich ein bisschen arg viel ne also hier muss ich jetzt tatsächlich mal tatsächlich einmal kurz eingereifen und das ganze raus machen weil das ist jetzt definitiv zu viel das heißt ich gieße jetzt einmal reines wasser durch und dann lass ich das erstmal stehen ja so bei so einem kleinen pötchen kann das schnell passieren in der selbstbewässerung ist das einfacher da kann man das alles dirigieren oder dementsprechend größere töpfe ist es auch noch einfacher aber in einer kleinen schale da kann dann ganz schnell mal was schief laufen ne von daher auch hier tatsächlich besser wenn du nachmessen kannst es ist nämlich so ein faktor zu viele nährstoffe weiß bescheid was dann passiert leiden die wurzeln und dementsprechend sind wir bei 1330 okay das lasse ich jetzt so das heißt das nächste mal werde ich noch mal rein das wasser nachfüllen und dementsprechend dann noch mal nachmessen ja so ist das ne du kommst nicht drum rum bei solchen sachen das nachzumessen weil pi mal daumen ist gerade bei solch kleinen schälchen dann dementsprechend schon nicht so einfach hier ist es etwas einfacher aber trotz alledem ist es empfehlenswert wenn man es richtig angehen möchte und erfolg haben möchte das ganze tatsächlich nachzumessen um einfach auf der sicheren seite zu sein okay so und hier ist ja auch so ist ja auch eigentlich logisch sie verbraucht ja kaum was wenn man dann ständig bei 1000 nachfüllt weiß bescheid irgendwann ist es einfach zu viel weil ich hatte jetzt auch einmal 500 und dann wieder tausend nach also hat ums messen kommt es einfach nicht drum herum ist tatsächlich so auch das musste ich hier erfahren ganz klarer fallen von daher naja auf jeden fall läuft es erst mal so hier wächst das blatt fleißig weiter heraus kann es jetzt gar nicht sehen guck mal hier da bin ich so gespannt drauf weil jedes blatt ja so ein bisschen wieder eine andere erscheinung gibt die sind so schön kommen wir jetzt zur peperomia raindrop das ist die mutterpflanze mittlerweile ist das wachstum ja ganz anders als vorher nicht mehr so knubberlich sondern jetzt wachsen wird tatsächlich oben heraus ist auch im längenwachstum tatsächlich wesentlich stärker als vorher allerdings zeigt sich an den neuen blättern etwas und zwar sind die so ein bisschen gepunktet ich zeige es gleich mal ein bisschen näher mal gucken ob wir die ursache heraus bekommen ein schädling ist es nicht da habe ich schon darauf nach geguckt jetzt in dem sinne das heißt mal etwas näher das ganze betrachten so da kommen wir jetzt zur anzucht hier das sind blattstücke die haben wir damals hier im sphagnum moos bewurzeln lassen in dem kasten hier und haben sie dann hier ins mineralische substrat eingepflanzt und wie wir sehen das funktioniert richtig gut die stehen am hellen fenster auch bei dem einen blatt kann man sie erkennen da das hat auch so ein bisschen ist so ein bisschen gepunktet womit das zusammenhängt da bin ich mir noch nicht ganz sicher ich gehe fast von der nährstoffmangel aus in dem sinne aber gleich mal gucken wenn wir mal nachmessen bei der mutterpflanze wie das da aussieht und dann kommen wir jetzt zu diesem schätzchen hier hier hat mir das ganze ja als blatt bewurzeln lassen in dem sinne auch aufs fachnum moos aufgelegt bewurzeln lassen und dann wuchs eine pflanze heraus damals ganz hier eingepflanzt damals gemeinsam auf die art und weise und das hat also tatsächlich auch wunderbar funktioniert wir sehen die pflanzen wachsen jetzt hier heraus das ist eine richtig coole sache und wir sehen auch hier im oberen bereich dass das blatt anfängt zu zergehen in dem sinne ich gehe davon aus dass das dadurch bedingt ist dass die babys hier nährstoffe aus der pflanze ziehen und das blatt hat irgendwann dahin geht das blatt selber hat ja keine wurzeln also ja die wurzeln sind zwar aus dem blatt rausgewachsen die sind aber für die neuen pflänzchen gedacht und ich gehe davon aus dass irgendwann tatsächlich das blatt keine kraft mehr hat mal gucken wie lange das noch dauert auch das werden wir gemeinsam beobachten aber insgesamt ist es auf jeden fall eine ganz coole sache die raindrop ganz einfach zu vermehren jetzt kommt sie nur darauf an was brauchen sie denn an nährstoffen denn das wissen wir bis heute noch nicht und von daher wollen wir gucken wie wir da jetzt vorgehen um das herauszubekommen bei der mutter pflanze so sollten die blätter eigentlich aussehen schön dunkel grün das sind jetzt die neuen die herausgewachsen sind und wir sehen also tatsächlich hier dass irgendwas anders ist und von daher muss jetzt mal gucken inwieweit wir da reagieren können was braucht die peperomia raindrop an nährstoff das müssen wir jetzt herausbekommen ich habe so bei 4 bis 500 mikrosiemens immer gegossen sie verbraucht allerdings nicht sehr viel wasser auf ich dies jetzt einfach ein bisschen reines wasser hier durch durch das substrat um einfach mal nachzumessen was wir dann in der suppe gegeben haben einfach ein bisschen gewissheit zu haben so nicht zu viel das meiste läuft ja tatsächlich sofort richtig durch ja und das reicht schon so lass uns mal überraschen ich gehe davon aus dass die werte unter 500 sein werden da gehe ich jetzt einfach mal von aus vor allem weil wir jetzt auch reines wasser verwendet haben so was haben wir ja 200 200 mikrosiemens haben wir jetzt hier raus gespült das ist also nicht wirklich viel jetzt ist die frage wie gehen wir weiter vor um dementsprechend die pflanze ordentlich zu versorgen also 4 bis 500 scheint tatsächlich nicht ausreichend zu sein ich gieße das wasser mal eben weg ich werde sie jetzt in dem zuge noch nicht oder doch ich weiß noch nicht mal ich gieße das wasser erstmal raus hier so sollen wir es echt wagen tatsächlich das ganze auf 1000 mikrosiemens aufzudüngen ist sie wirklich ein stark zehre so was haben wir hier drin hier habe ich noch nicht ganz so doch hier habe ich auch noch was reingegossen siehst du hier immer 460 mikrosiemens drin schon mittlerweile und wir sehen den babys macht das nichts aus ne so das heißt im klartext oder jetzt habe ich drunter geschmissen zum glück habe ich teppich hier das heißt das heißt das wir machen jetzt einfach so wir hatten hier was haben wir drin 950 ne gut jetzt haben wir es mit reine wasser durchgespült dementsprechend wird der wert geringer sein ist aber nicht so tragisch auf jeden fall kriegt sie schon mal mehr nährstoffe als sie sonst bekommen hat und dann lassen wir uns überraschen wie sie jetzt darauf reagiert ich werde das dann nach dem nächsten mal also ich werde das nächste mal wieder 1000 mikrosiemens ca reingießen und dann werde ich das im untersetzer nachmessen was dann tatsächlich noch gegeben ist so hier sind wir jetzt bei knapp 500 sollen wir es hier auch einfach machen weil sie haben ja sehr feine filigrane wursteln das ist natürlich schon sehr riskant das lassen wir jetzt erst mal so dann werde ich weiterhin bei 400 bis 500 halten und dann gegebenenfalls zwischen mir auch nach nicht gegebenenfalls sondern zwischen mir einfach mal nachmessen ob der wert steigt oder ob er bleibt wobei hier kann sich noch nicht viel verändern er dass der wert steigt warum das meiste wasser verdunstert hier das heißt salze bleiben drin da müssen dann schon doch aufpassen also tatsächlich hier nicht höher aufdüngen das lassen wir da lassen wir schön die fingerball weg ansonsten kann das ganz hopps 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 ganz hoch ansteigen weil die salze gesagt drin bleiben im substrat oder auch hier dementsprechend im untersetzer weil das ganze ja steht hier im anstau wir haben hier löcher drin in dem tontopfen von daher um sie einfach längere zeit gut zu versorgen damit sie uns hier nicht austrocknen so das lassen wir jetzt so das lassen wir jetzt tatsächlich so und gucken einfach mal was ich dann tatsächlich tut das mal auf ich messe mal jetzt bin ich auf falsche seite komme ich so ruhig dran einfach rumdrehen das kannst du nie eingepflanzt am ersten sechsten am ersten sechsten 2020 so mal gucken was wir jetzt hier drin haben nur lacht sich kaputt ne 520 also siehst du bedingt dadurch dass wir vorher reines wasser reingegossen haben und dann das ganze obwohl es auch weg gegossen haben mit dem 950 dementsprechend aufgefüllt haben wieder haben wir tatsächlich nur 520 also beim nächsten mal wieder knapp 1000 und dann nachmessen die pflanze beobachten wie sich dementsprechend dann entwickelt so sollte so hops gehen wäre natürlich blöd da geht man nicht von aus und wenn ist auch nicht so tragisch das heißt nicht so tragisch warte mal es könnte schon tragisch sein wenn sie im hops geht und ich keine blätter mehr habe das heißt ich müsste mir mal just ein blatt abschneiden um ganz einfach nochmal eine vermehrung zu starten dass wir noch ein paar pflanzen haben dann dementsprechend falls irgendwas schief laufen sollte ich glaube ich nehme das dicke fette blatt hier was hier so unterhängt am topf oder das machen wir kommen nehmen wir einfach mal das blatt hier weg und werden es dann dementsprechend vermehren mal gucken das ist schon heavy blatt wie machen wir das weiß es noch ja sicher mit sicherheit so das machen wir jetzt auch mal just zusammen dass das mal sehen kannst das blatt der raindrop so aus erfahrung wissen wir schon weil wir haben es ja schon einmal gemacht dass hier aus diesen blatt adern die hier sind die wurzeln sich entwickeln und auch die pflanzen dementsprechend später wir schneiden das ganze zu dem zweck jetzt mal in streifen wenn jetzt ein scharfes messer einfach mal so zack 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 das heißt hier wo die blatt adern sind dort werden sich die wurzeln entwickeln und dementsprechend die pflanzen so dann schneiden wir jetzt hier noch mal ein streifen ab nicht zu schmal sollte schon etwas breiter sein damit das blatt nicht frühzeitig kaputt geht schneiden das hier noch mal durch so und auch hier werden sich an den blatt adern pflanzen entwickeln wurzeln und dann pflanzen auf der seite hier nicht das ist ganz wichtig mal so zu erfahren auf dem besten drehe ich den lege ich den so rum schon mal hin für den fall wie es gleich einsätze damit ich weiß wo oben und unten ist und das ganze machen wir jetzt hier noch einmal so siehst du das heißt so rum ja genau so jetzt entspringen hier die adern vom herzen her vom blatt stiel in diese richtung das heißt wir schneiden das ganze einmal hier durch so dann können sich hier dementsprechend die pflanzen entwickeln auf der seite hier nicht das heißt ich stelle ihn jetzt einfach mal hin damit ich das nicht gleich verkehrt herum irgendwie rein lege so und das gleiche machen wir hier dann auch noch einmal das hier noch einmal durch und dementsprechend auch einmal hingestellt wissen wo oben und unten ist so bei dem stück weiß ich nicht ob da noch was raus wachsen können versuch macht klug was bescheid okay dann kommt das ganze jetzt tatsächlich war ich mal erst mal messer sauber in die brutstation dann schauen wir mal wie wir das jetzt machen so wissen jetzt wo oben und unten ist legen wir das ganze jetzt hier so rein mal eins drehen hier noch mal zwei wir können sie jetzt auch mit ich noch mal durchschneiden wenn das nicht passen würde aber das geht so ganz gut so dann nehmen wir die spitze noch mal hier mit rein so bei den anderen passen die noch mit rein mal hier so zack und den anderen auch noch hier siehst du wohl perfekt zumachen und abwarten was dann jetzt hier passiert das datum muss ich jetzt noch ändern und dementsprechend haben wir auf jeden fall neue pflanzen falls uns die mutterpflanze tatsächlich hops gehen sollte kurz ein kleines update von der missglückten vermehrung fast in dem sinne hier ist das blatt ja damals kaputt gegangen und da hing aber mittlerweile dann schon eine kleine pflanze dran mit wurzeln an dem blatt was verfault war und das haben wir abgetrennt und hier eingepflanzt und mittlerweile ist das zweite blatt wunderschön herausgewachsen also auch das funktioniert aber nach wie vor hat sie ganz 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 filigrane feine wurzeln jedes mal habe ich das ganze einsprühen und mit wasser kippt sie leichter so ein bisschen aufpassen das sind sie doch sehr empfindlich in der anzucht wenn wenn sie erst mal so weit umkippen dass die wurzeln nicht mehr im substrat sind dann kann das natürlich fatale folgen haben ganz klarer fall für die pflanze und da muss man da bei den babys ein bisschen vorsichtig sein wie gesagt die wurzeln sind also wirklich sehr sehr filigran aber wir sehen es klappen das ist so schön so kleine babys selbst heranzuziehen guck mal das ist so herrlich das macht so viel freude kann ich mir immer wieder sagen okay ich meine die leute die sich dafür begeistern verstehen mich andere eher dann nicht aber läuft soweit schon mal ganz gut mit den pflanzen hier im pflanzenreich wir entdecken tatsächlich immer wieder etwas neues und gehen die wege gemeinsam weiter und erfahren über die einzelnen pflanzen dementsprechend im laufe der zeit doch einiges um sie einfacher pflegen zu können auch wenn bis geschicke passieren ganz klarer fall auch daraus lernt man ja nicht vergessen okay zum schluss das versprochen update der glücksfeder der zz das ist das stück was damals abgebrochen war von der mutterpflanze das haben wir dann dementsprechend bewurzelt im wasser und dann irgendwann eingepflanzt und tatsächlich guck mal wunderschön das erste große blatt jetzt herausgewachsen ist wunderschön richtig schön anzusehen so hier haben wir dann hier noch ein zweites tatsächlich was aus der einen derselben knolle jetzt nochmal nachwächst dementsprechend das war letztens noch ganz klein gewesen auch das befindet sich wunderbar im wachstum hatten wir auch gemeinsam hier nochmal umgepflanzt in dem sinne um das mal zu beobachten wie die wurzeln das ganze aussieht von der knolle her gegeben also ist eine coole sache dass es tatsächlich funktioniert man braucht geduld ganz klarer fall bei der glücksfeder aber es läuft die mosaikpflanze macht sich richtig gut ich denke man kann es auch mittlerweile schon besser betrachten die blätter sind nach vorne gerichtet ja ich weiß den zweckrug der steht hier unten jetzt rum den muss ich auch noch rausholen aber ich muss jetzt schluss machen denn wir müssen nachher nach Bad Pyrmont und dann müssen wir warten bis Freitag nach wahrscheinlich bis nach dem Wochenende noch bis wir ein Ergebnis dann auch noch haben von Nicole von daher ja wird noch ein aufregender Tag ich muss mir gleich noch unbedingt eine Stunde hinlegen weil ich fahre dann ja auch eine Zeit lang und das bis dann alles soweit ist ist der halbe Tag schon rum und dann von daher muss ich mich gleich hinlegen erstmal noch wenigstens eine Stunde ich muss ja nur auch morgens früh raus weil Kindergarten ist ja auch wieder ab morgen fängt Schule wieder an oh Jesus und Maria aber das Schöne daran ist habe ich ein bisschen Ruhe im Haus wobei so ganz alleine ne wenn du Homeoffice machst und hast ständig die Kinder um die Nase irgendwann gewöhnst du dich dran wenn dann plötzlich so richtig Ruhe ist und du machst dann mal eine Pause und gehst durchs Haus und hörst gar nichts mehr das ist richtig unheimlich oh ja das kann ich euch sagen der Mensch gewöhnt sich an alles mit der Zeit ne das ist nun mal so gegeben so okay wie gesagt wir kommen jetzt zum Schluss viel gibt es jetzt auch nicht mehr zu sagen ach doch ganz wichtig hier bei der Anzucht ich werde nachher oder morgen muss ich mal gucken wenn ich dazu komme nicht alle hier in den Kasten belassen ne ich werde das nochmal vereinzeln in dem Sinne zumindest zwei in einem Pott ich hab ja noch welche davon dass die ja nicht so auf dem Haufen liegen nicht dass da gegebenenfalls noch Schimmel sich entwickelt und von daher müssen wir da schon so ein bisschen auf achten also nicht den Kasten so vollballern ja ganz wichtig weiß Bescheid winke winke bis ganz bald hier im Reich der Pflanzen ja Zimmerpflanze ist nicht gleich Zimmerpflanze ist schon interessant was ich jetzt selber mitgenommen habe in der Zeit seitdem wir das angegangen sind und Zimmerpflanzen speziell machen wir noch gar nicht so lange das haben wir erst dieses Jahr angefangen eigentlich wir hatten ja sonst exotische Pflanzen gemacht insbesondere haben da viel gelernt und das ganze haben wir jetzt übertragen im Prinzip auf ja sagen wir es mal Otto normalo Zimmerpflanzen ne und gucken mal wie wir sie pflegen können um euch auch sagen zu können nein damit ihr sehen könnt wie es funktioniert ne so weiß Bescheid meine Güte ist jetzt schon wieder so warm hoffentlich kriegen wir bald Regen bei uns war gar nichts gestern aber so ist es ach siehst du draußen muss ich auch noch gießen also erstmal draußen gießen und dann ein bisschen hinlegen und dann nach Bad Pimont dann zurück zum Kindergarten die Kleine abholen weil die ist diese Woche nur bis 2 Uhr im Kindergarten ab nächste Woche dann wieder voll bis um halb 5 glaube ich ist das dann dann läuft alles ein bisschen einfacher wieder so dann kann ich heute Nachmittag mich hinlegen dann kann Melody eine Stunde Fernsehen gucken und dann ab in den Pool ach siehst du den muss ich auch noch sauber machen Jesus Maria ok jetzt aber los hier Electronic b Vielen Dank.